Hallo Leute, wir können im Unboxing Schrank machen. Wir werden hier den Schrank ausleeren. Also ausräumen. Ja, ausräumen. Aber das hier nicht. Das hier nicht. Das ist hier nicht. Das ist unser Geheimschrank. Okay, hier sieht man schon mal die Piers. Die kannst du wegen so unten gehen. Ja, die kleinen Piers 2 hast du. Ja, habe ich. Okay, hier sieht man die Idee. Das kannst du auch nehmen. Die ist gerade jetzt zu kaufen in Softgames. Laden. Du, 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 du. Deft, Düssel, weglegen. Karte, keine Ahnung. Können wir das denn auch? Ja, können wir. Jetzt mal hier hin. Dann schnappt der Schein. Ja, ich sehe. Zurück. Nach Hause. Du, 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 du. Zeig dir mal. Ah, meine Narbe. Ah, ich habe meine Narbe. Nein. Alle gefällt die Narbe. Schau mal. Hier. Zu kaufen. Slow. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Und. Einfach lachen. Also weiter. Hier. Das ist wirklich so okay. Sch. Hallo. Hat mich jemand? Hallo. Ewig. Kommt das nachher alles auf die Narbe. Hier. Noch mal alle Narbe zu kaufen. Decke für die Softair Kuhle. Das ist so ein Autodienst. Habe ich mal gebaut. Hier. Das ist der Spin. Der Wiese. Das ist der Wiese. Der Käschen. Der Wiese. Der Wiese. Das ist kein Wiese. Das ist ein. Mein PC. Also. Der Wiese. Ein Elektronik. Besser aufräumen. aufräumen. Jetzt zum Kaufen in Toys R Us. Ja, aber der ist scheiße. Das ist bei kleinen Kindern. Jemand. Okay, und dann haben wir hier ein Wort. Dann haben wir hier ein Wort. Ja, wie spielst du das? Das ist ja. Hier rein tun wir die kleineren Sachen. Ja, und zum Beispiel für ein kleines Flugzeug oder so. Ja, oder Zubehör. Nur für die RC Freaks. Für Freaks. Legen wir es hier rein. Passt genau. Ja. Ja, das können wir nachmachen. Oder, ja. Also, diese Rocky hier kommt hier unten rein. So. Und diese und die Akkus in Reisen kommt dort rein. Sieht man es? Hier auf die Seite. Warte. Ja, so geht es. Sieht man es? Jo. Na, warte mal. Geh mit der Kamera ein bisschen rein. So. Seht ihr es? Bis hier unten. So. Genial. Ja. Okay. Ja. Wollt ich noch sagen? Ääh. Ey, bei uns fehlen noch die etwas noch? Wie heißt das auch nur? Ja, wir können unsere Videospiele prüge. Das letzte fehlen noch weiter. Also die ersten 2,3 Plans werden wir mit dem hier kommen und dann mit Call of Duty, Black Ops, da, 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 da und zuerst fangen wir mit Kampagne und nachher mit Multiplay und dann online. Also zuerst noch mit Überlebensmodus. Ja, Überlebensmodus. Also nein, nach dem Online-Modus kommt Überlebensmodus, oder? Oder? Ja. Und, ja, das war's. Ja, nein, wir haben noch etwas zu tun. Was? Wir haben noch die anderen Sachen dran zu tun. Und das hier wird dann unsere Kamera sein. Ich muss alles noch einstellen. Eine neue UPS für 530. Und hier sind wir von dem Macher von Panasonic. Von dem Macher von Panasonic? Also, jeder kennt doch Sonic. Von Sega, oder? Ja, Sonic. Ja, okay. Tschüss mit euch. Wir sagen euch ciao. Jo. Tschüss.